Unter dem Motto Frassdanz offen luden einige Frassdanzer Betriebe am Samstag, dem 20. September interessierte Besucher ein, ihren Betrieb zu besichtigen. Was dahinter steckt, erklären uns die drei Initiatoren. Ganz kurz Frassdanz offen. Wir sind des Öfteren schon beieinandergehockt. In der Vergangenheit haben wir uns überlegt, wie können wir den Hype, den die Frassdanzer Brauerei auslöst, in Frassdanz mit dem Backbierfest ausnutzen, um die Marke Frassdanz, die inzwischen auch genial ist, ein wenig weiter zu tragen zu können. Wir haben ganz tolle Partner gefunden, die hier mit uns mit tun. Brauerei natürlich, E-Werk, wir als Vertreter von der Raiffeisenbank, Firma Samina, Firma Reisch und so weiter. Als Mietinitiator waren die E-Werke Frassdanz gleich mit drei Standorten mit dabei. Der EP-Fachmarkt im Verwaltungsgebäude der E-Werke ist ein Spezialist in vielen Bereichen und punktet mit einer großen Auswahl und kompetenter Beratung. Gleich nebenan wurden die Besucher von Frassdanz offen vom zweiten Initiator der Raiffeisenbank Frassdanzer Deins empfangen. Im hellen und modernen Schalterraum standen die kompetenten Mitarbeiter für sämtliche Fragen der Besucher gerne bereit. Die Bio-Wärme Frassdanz, ein weiterer Geschäftszweig der E-Werke Frassdanz, öffnete ebenfalls seine Tore. Das imposante Heizwerk zog viele Besucher an. Die Dimensionen, welche zur sicheren Versorgung der Wärmekunden nötig sind, waren für viele sehr beeindruckend. Die Frallberger Museumswelt im Kanalareal war ebenfalls für Besichtigungen geöffnet. Sei es das Elektromuseum oder das Feuerwehrmuseum, es gab viel zu entdecken. Anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums öffnete die Firma Samina ihre Tore. Wenn es um den perfekten Schlaf geht, ist das Frassdanzer Unternehmen ein absoluter Spezialist. Viele Besucher machten sich ein Bild des erfolgreichen Unternehmens. Am neu errichteten Standort der Firma Reich Maschinenbau gab es auch viel zu sehen. Der Spezialist für Sondermaschinen und Sonderlösungen zog ebenfalls viele Besucher an. Die neue, moderne Niederlassung des Unternehmens begeisterte. Im Sonnenbergareal lud die Elektroinstallation der E-Werke ein, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen. Neben dem modernen Schauraum und dem umfangreichen Sortiment im Shop, stellten auch die Lehrlinge ihr Können unter Beweis. Wenn es um die perfekte Küche geht, ist K10 Design ein verlässlicher und kompetenter Partner. Im Schauraum des Unternehmens werden die momentanen Küchentrends perfekt in Szene gesetzt. Den Besuchern gefiel es jedenfalls. Mit dem Gratiszügle ging unsere Tour durch Frastanz weiter zur letzten Station, der Brauerei Frastanz. Hier konnte man detaillierte Einblicke in die Bierproduktion bekommen und natürlich auch gleich eine Kostprobe zu sich nehmen. Frastanz offen war in diesem Jahr schon ein toller Erfolg und den zahlreichen Besuchern wurde einiges geboten. Frastanz als Wirtschaftsstandort im Walgau hat vieles zu bieten, wie dieser Tag bewies. Schaurausame das für Girproduktion im Walgau hat vieles zu bieten. Vielen Dank.